Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Piero. Es gibt schlechte Neuigkeiten für jeden GTA Online Spieler und deshalb solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir auch super gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos oder auch Streams mehr. Natürlich kannst du auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich natürlich auch mega supporten. Jetzt werden wie immer noch ein paar Leute von euch gegrüßt, die im letzten Video einen Kommentar mit Hashtag Gruß geschrieben haben. Ein Gruß geht raus an Homex, dann geht noch ein Gruß raus an JJ3108 und ein Gruß geht raus an Casey-Rabbit. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in das heutige Video. Let's go! Ja, wie schon am Anfang gesagt, es gibt wirklich schlechte Neuigkeiten für jeden GTA Online Spieler und das betrifft natürlich GTA Online. Aber worum geht es eigentlich und was ist denn eigentlich passiert? Es gibt nämlich neue Infos für die GTA 5 Remastered Version und eigentlich sagt man doch jetzt bestimmt, ey, das sollten doch gute Neuigkeiten sein, aber tatsächlich sind sie das nicht. Und warum, das werden wir jetzt thematisieren, denn es kommen immer mehr Leaks und Gerüchte auf, dass GTA 5 Remastered schon wieder verschoben wird. Denn wie wir ja wissen, sollte GTA 5 Remastered schon im Jahr 2021 rauskommen, es wurde dann aber auf März 2022 verschoben. In den letzten Tagen kamen dann auch immer mehr Leaks und Spekulationen um eine weitere Verschiebung von GTA Remastered auf eventuell April, Mai. Denn es gibt Datenminer, die einiges herausgefunden haben und auch herausgefunden haben, dass die Entwicklung von Remastered für Rockstar Games schwerer ist, als sie gedacht haben und es irgendwie alles vielleicht nicht so hinhaut, wie es eigentlich hinhauen sollte. Und das ist ja auch der Grund, warum GTA Remastered auf März 2022 verschoben wurde und jetzt soll das immer noch ein Problem sein. Denn eigentlich war bei Rockstar Games geplant, dass GTA 5 für Playstation 5 und die neuen Xbox-Versionen als Patch für GTA 5 rauskommt und GTA Online dann separat veröffentlicht wird. Aber anscheinend ist das alles nicht so einfach und wir müssen eventuell weiter und länger auf GTA 5 Remastered warten. Und gerade die Engine macht bei Rockstar Games ziemlich viele Probleme. Das hat man nicht so berechnet und man kommt da eventuell einfach nicht richtig hinterher und schafft es eben nicht rechtzeitig für den Release das alles fertig zu bekommen. Also müssen wir auf jeden Fall abwarten. Es wird ziemlich spannend, was da noch rauskommt. Wir haben noch nichts Offizielles von Rockstar Games oder Take-Two, aber falls es wirklich verschoben werden würde, dann wird das auch in der nächsten Zeit kommen. Naja, schreibt mir eure Meinung dazu. Doch gerne mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung? Schreibt es alles in die Kommentare. Das soll es jetzt hier von dem kurzen Video gewesen sein. Lasst mir super gerne ein Abo da und dem Video ein Like. Würde mich mega supporten. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute. Ciao Leute.